Ich wollte mich daran erinnern, dass der Müll in den Mülleimer gehört. Lass ihn erstmal aussprechen, den armen Jungen. Bevor ich den Kuchen jetzt anschneide, wollte ich daran erinnern, dass heute auch der Tag ist, an dem sich unsere Remscheider-Mächsler ein Jahr lang kennen. Ein ganzes Jahr. Und das ist jetzt mein Applaus. Boah, wir machen hier richtig Stimmung. Wir machen hier richtig Stimmung. Wir machen hier richtig Stimmung. Hey, wir müssen erstmal singen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Tüftel, Happy Birthday to you. Sein nächstes Jahr reichen wir uns auf die Narben. Ich dachte, du meinst, das ist irgendwie... Persönlich. Ja, völlig irgendwie immer. Habe ich dir auch gesagt, man ist still. Ja, deswegen. Das ist aber geil so so. Ja, der ist gar nicht mitgesungen so. Der Moment der Wahrheit. Zeit ist zu spät. Ich will weiterschneiden. Nein! Einer mit. Wuuuh! Du hast ihn getötet. Ich will weiterschneiden. Das ist nur kleines Stückchen. Das erste Stück gebührt. Hallo? Ich bin da hinten. Ich darf weiterschneiden. Aber so, dass jeder was kriegt. Warte, wie viel sie denn ist? Nein! Vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, drei, vier, vier, zehn, fünf, zehn. Das ist doch nicht genau. Das ist doch nicht genau. Egal. Du kannst dich abbrechen. Ich wollte doch ein Stück von der Tüftelwelle. Mach Brotschnitte! Nein! Nein! Das ist meine Erfindung. Hauchdünne Scheißchen! Nein! Komm! Die hacken wieder so. Okay, drei haben wir schon mal. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, erst mal gehen. Ich habe wieder ein Stück Brot. Elf, zwölf, dreizehn, vier, fünf, zehn, sechszehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, Ja, das ist ja. 20. 21. 22. Super! Super! Ja! Super!